Wusstet ihr das schon? In der Realverfilmung vom Film Das Dschungelbuch ist King Louie kein Orang-Utan mehr, sondern ein Gigantopithecus. Das ist eine riesige Menschenaffenart, die schon vor hunderttausenden von Jahren ausgestorben ist. Der Grund für die Änderung, der Film spielt in Indien und dort gibt es gar keine Orang-Utans.